Guten Tag, ich bin Gonzalo. Vielen Dank, dass ihr euch hier seid. Ich möchte sie uns kaufen. Diplomanden und Diplomanden Gäste, ein herzliches Willkommen zur Eröffnung der Diplomausstellung in der HFBK. Dass das schöpferische Tun hart erarbeitet werden muss, gegen innere und äußere Widerstände. Silke Silkeborg. Michael Rockel. Burg Koller. Die Ausstellung ist damit eröffnet, wir vergnügen heute Abend. Applaus. 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 Apcopeando und Applaus. Applaus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020